Und somit ein herzliches Willkommen zu Remember Me natürlich bei mir auf meinem Kanal, bei DwayneLP Das ist mein neues Projekt, ich hab's ja, sagen wir mal geschenkt bekommen ja, von dem lieb ich Vic und wir haben hier schon mal hab ich schon mal versucht zu machen das löschen wir aber jetzt und ja, dieses Spiel speichert automatisch bitte schalten sie ihre Kumpel nicht aus, wenn sie diese Summe angezeigt bekommen ich hab's halt vom lieben Vic bekommen das Spiel und ja das ist alles alles, alles so, alles so die Musik machen wir natürlich mal so ungefähr ich brauch Lautstärke, machen wir mal weil das Spiel ist allgemein ziemlich laut Effekt Lautstärke, mach mal etwas leiser als die Stimme natürlich aber auch nicht allzu leiser und wenn es halt nicht passt dann können wir es ja noch anspiel anstellen und wie gesagt ich hab's von Vicky Online bekommen mit dem ich ja damals viel zu tun gehabt hab und das gab's dann halt bei Steam glaube ich für knapp 9 Euro im Angebot und dann floppte halt bei mir auf dem Desktop halt ein Fenster auf von Steam Ja, Gratulation, sie haben das geschenkt bekommen von Vicky Online ich so, cool und dann hab ich mir so gedacht Mensch, dann kann ich das auch gleich let's playen und ja, da wollen wir mal loslegen und ja, gucken Erroristenagent die ideale Haushaltung für regelmäßige Spieler looten sie ihr Grenzen aus Loden, 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 Loden ich weiß nicht also wir können ich hoffe also wenn ich jetzt das mache hoffe ich doch wenn ich wieder mal fehlere dass ich das auf das wieder zurücksetzen kann ich glaube das geht, oder? wir versuchen es einfach mal auf der höchsten natürlich drücken sie nachdem unser Boot sank erreichte ich als einziger Flüchtling das Ufer ich hielt die Hand meines Mannes bis zur letzten Sekunde ich spüre noch wie seine Nägel sich in mein Fleisch grub wissen sie in der ersten Nacht sagte er teilen wir unsere Erinnerungen ich hatte ein bisschen Angst aber er lächelte und zusammen drückten wir den Schalter spürte ich alles zum ersten Mal erlebte ich all seine Liebe so warm und so stark sie tat fast weh in den letzten drei Jahren war jeder Tag unser erster Tag das Wetter war so heiß an jenem Tag die Straßen stanken schrecklich nach verbranntem Kunststoff ich ging mit den anderen Kindern durch die Stadt aus Paris hinaus niemand schoss der Krieg war vorbei wer weiß ob ich jeden Mut finde meinem Sohn diese Erinnerungen zu geben aber ich bin beruhigt da ich weiß dass sie gut geschützt sind dank meines Sensen kann ich mich an alle entscheidenden Momente meines Lebens erinnern gute oder schlechte dank meines Sensen lebt mein Mann weiter hier und hier remember to live ja oktober 2084 ein ziemlicher 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 Sprung in die Zukunft 2084 2014 das sind noch 70 Jahre da lebe ich ja noch nicht mal mehr woaaas aaaah 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 Nillin. Verdammt. Tatsächlich. Keine Sorge. Diese letzten Erinnerungen kriegen wir noch weg. Welches Jahr haben wir? Ich... Ich weiß nicht. Es ist 2084. Weißt du, wo du bist? Nein. Doch nicht so widerstandsfähig. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Was? Dr. Quaid? Ja. Dieses Objekt leistet etwas widerstand. Führt die Substitutionsprotokolle aus, dann schickt sie her. Ich lösche ihre letzten Barrieren selbst. Ja, Herr Doktor. So, genau. Jetzt können wir erstmal ganz kurz Stopp machen, weil ich wollte noch Audio, Video, Spieleinstellungen, Untertitel an. So. Ähm. So. Das müsste eigentlich auch... Gesprochene Sprache, Englisch, Standard... Also ich finde, die deutsche Synchro ja schon jetzt... Eigentlich ganz... Also die deutsche Stimme ist schon geil, aber die Synchronisation auf die Lippen... Auf den Lippen... Ja. Ist ziemlich für den Arsch. Guten Tag. Den Kopf heben bitte. Ja, Kopf heben. Ja. Danke. Nun bitte auflegen. Ach, nö. Keine Lust aufzustehen. Capcom Press Hands. Bitte der Orangefahne, die ihr zur nächsten Aufgabe folgen. Entertain. Also, ähm... Was ich über Remember Me weiß, ist, dass sie ihre Gedanken gelöscht... Also, dass ihre Gedanken gelöscht wurden sind. Und irgendwie ist das Spiel doch trotzdem noch ziemlich laut, ey, irgendwie. Das ist immer so... Immer so eine Justierung. Ja. Von allen möglichen. So. Und, äh... Also es ist halt so, dass, äh... Nili, wie sie heißt, äh... Ihre Gedanken gelöscht bekommen hat. Und sie hat jetzt so nur einen Rest... Gedanken, also ihren Namen beispielsweise. Und sie versucht halt, alles wieder in Erinnerung zu gucken. Ja, ja, das machen wir nicht. Alles easy. Ich weiß nicht. Ich erinnere mich an nichts. Ich erinnere mich an nichts. Ich erinnere mich an Twenty-O-Jucksacken. Ich erinnere mich an nichts. Ja, dann wollen wir mal gucken, was mit Neelin passiert ist, oder warum und weshalb ihr Gedächtnis gelöscht worden ist. Da bin ich echt gespannt, also gucken, wie es läuft. Also VicU Online, Vic hat mir ja schon eigentlich gesagt, dass es sehr, sehr gut ist, das Spiel. Da bin ich echt gespannt. Können wir rennen? Können wir rennen? Ja, gibt alles keinen Sinn, selbst das Leben ist sinnlos eigentlich. Aber so ist das nun mal. Ich denke mal, dass es wirklich so passieren wird in der nächsten Zeit, dass wir mehr und mehr mit der Kontrolle der Regierung werden. Und wir irgendwann mal nicht mehr unseres eigenes Leben leben. Schon übel, was hier abgeht, schon. Jetzt am Anfang des Spiels. Neelin, kannst du mich hören? Ja. Sie löschen gleich dein Gedächtnis, Neelin. Lass es nicht zu. Ich schaffe eine Umleitung. Leg los, wenn ich sage. Wer bist du? Wenn du überleben willst, dann hör auf mich. Lass mich nicht allein. Ne, ne, ich lass dich nicht allein. Bitte stelle ich an und warten, bis du dran bist, bevor ich mich nicht spielte. Jetzt sind sie aufgewacht. Neelin, links geht gleich der große Rollladen auf. Wenn du verstehst, bewegt den Kopf. Ich bin mit deinem Sen-Sen verbunden und fühl es. Die Tür, geh drunter durch. Schnell! Ja, also. Na los, Neelin. Was ist das? Ja. Komm schon, ich werde den anziehen. Komm, lass mich da rein. Gibt's, bestimmt gibt's hier irgendwas Bestimmtes wieder. Kann man rennen. Ohne Aufsichts-Patient in Sternebiet. Zwangssicherungseinheit entsandt. Nicht gut. Er schreit doch mal nicht so. Komm schon. Nein. Lauf, Neelin. Lauf. Lauf. Los. 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 Die Passage rechts von dir. Nimm sie. Ich spring rein. Zack. Weh auf. Du musst weiter. Mann, 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 Mann. Das geht aber hier über gleich zu. Können wir hier irgendwas machen? Ne, kann man nicht. Wo bin ich? Fast geschafft. Schnell in eine Kiste. Mach. Boah, ist das. Bitte lässt es ein Leptum sein. Na, die darf jetzt erst mal lange die Luft anhalten. Geht, wenn ich nicht. Derugt von Gene Maximim. Max-Mim? Max-Mim? Max-Mi? Maxi-Mi? Maxi-Mi. Die Toten-Mann. Die Toten-Mannskiste. Okay. Was ich tu, lehrt mich, wonach ich suche. Pier-Zul-Zulakis? Zu, Zulakis? Zu? Zulakis? Mellon, bist du okay? Nein, ich muss hier raus. Ich will hier raus, sofort. Nur ruhig. Ich bin Edge. Vertrau mir, Schwester. Hab ich gerade, Bruder. Und jetzt lege ich ihn im Sarg. Ich muss dich auf das da draußen vorbereiten. Der Feind ist Memorize. Ein Unternehmen, das Gedächtnisse digitalisiert und vermarktet. Sie nennen es Sensen-Technologie. Und die Welt ist süchtig danach. Klar? Ja. Du warst Gedächtnisjägerin Mellon, die Beste. Andere Jäger plündern nur Erinnerungen, aber du kannst sie remixen. Und vor allem bist du Erroristin. Wie ich. Warum haben die das mit mir gemacht? Du warst eine Revolutionäre und meine beste Agentin. Wir kämpften dagegen, dass keine Firma ein Monopol auf alle Erinnerungen bekam. Aber vergeblich. Wir wurden gefangen und eingelocht. Oh, das ist ja alles ganz nett hier. Aber ich muss jetzt wirklich raus aus diesem Sarg. Die Strömung bringt mich zum Slum 404. Sobald du da bist, verrate ich dir meinen Plan. Remember me.